so ein kack aber auch warum hat diese mal nicht funktioniert so ein kack so ein kack so 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 Out. Okay, safe. Safe, safe, safe. Wenn ich so drüber nachdenke, wie jung ich war, wo ich das gespielt habe. Oh ja, Queen, das geht mir schon die ganze Zeit. Ich denke auch so, boah. Da war mir schon noch ein kleines Mädchen, wo ich das gespielt habe. Mit elf oder so habe ich das gespielt damals. Elf, zwölf. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2. Ist einfach so ultra cool. Das war damals noch so ein richtiges Kultspiel, du. Ganz kurz, ich muss mal gucken, kann ich mich auch so umgucken? Da hatte ich noch keine grauen Haare wie... Jetzt färben wir sie uns doch grau, Queenie, damit wir älter aussehen, ne? Nein. Äh, dann ist schlimm. Hallo? Boah, wie die mal stöhnen, ne? Äh. 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 Wie beim Tennisspielen. Und mir kann keiner sagen, dass das nicht in die Beine geht, Freunde. Dass das nicht in die Beine geht, ey. Also wenn das mal nicht in die Beine geht, da. So, wir speichern eben und dann gucke ich noch mal runter. Guck mal, da unten ist was. Seht ihr das? Alter, ich wollte nur gucken, aber ich hab gewusst, dass da... Da ist bestimmt ein Geheimnis drin. Ich will mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ich das finde. Ähm, ja. Was? Den Sturz hat jetzt keiner gesehen, ne? Wir müssen jetzt mal hier... Und jetzt ist die Frage, wo war das genau? Äh... Ellie... Spieltest, habe ich noch... Die Windeln gehabt? Hahaha, nein. Ellie, als das Spiel mit elf... Getestet, habe ich noch... Es war echt, es war echt Wahnsinn. Es war eines der ersten Spiele, die ich so weggespielt habe. Ich sehe halt nicht. Risiko? Es ist relativ weit unten, ne? Ich würde das gerne echt testen, ne? So, wartet mal, jetzt gucken wir mal von unten. Es ist ungefähr, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss noch höher. Ich muss noch etwa 2 oder 3 höher. Ich muss eben mal gucken, weil da muss man Block zählen. Oh, ich kann ja nicht gucken. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 müssen das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch ein bisschen höher, 8, genau. Dann, 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 dann. Ich muss das von unten zählen. Hopp. Hopp. So, sind wir hier bei zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, wir speichern eben mal kurz, ich weiß nicht, was das ist, ne? 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 Okay, ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen müssen. Ich glaube, dass wir hier nachher zurückkommen dann. Ich glaube, wir kommen hier nachher zurück. Ich glaube, wir kommen hier nachher dann hin und müssen dann wieder hochlaufen, mache ich nicht, da gehe ich jetzt hin. Wenn es so sein sollt, dass wir es brauchen, dann können wir es immer noch finden hier. Oh. Falsche Taste gedrückt. Nein, 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 das hat keiner gesehen. Ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, später. ... 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 Shit. Aha. Yeah. Wir brauchen das jetzt nämlich. Genau. Wir brauchen das jetzt. Wir brauchen das jetzt. Michi, einen wunderschönen guten Abend. So. wieder zurück wir speichern gleich beim ersten Mal geschafft ey, what is los? at the first time mir geht es auch gut ich kann nicht klagen wir haben Wochenende